Im folgenden Beitrag erzählen wir euch die Geschichte von einer Familie, die auf der Suche nach dem heiligen Bounty ist, welches jemand geklaut hat. Punkt. Die Affen-Mama sitzt am Fluss und angelt nach der Kokosnuss, die ganze Affenbande brüllt. Wo ist die Kokosnuss, wo ist die Kokosnuss, wenn die Kokosnuss geklaut? Wo ist die Kokosnuss, wo ist die Kokosnuss, wenn die Kokosnuss geklaut? Der Affen-Onkel, welcher traust, macht alle Urwaldräume auf, die ganze Affenbande brüllt. Wo ist die Kokosnuss, wo ist die Kokosnuss, wenn die Kokosnuss geklaut? Wo ist die Kokosnuss, wo ist die Kokosnuss, wenn die Kokosnuss geklaut? Die Affen-Tante kommt vom Fernsehen, sie ist die Kokosnuss, so gern die ganze Affenbande brüllt. Wo ist die Kokosnuss, wo ist die Kokosnuss, wenn die Kokosnuss geklaut? Wo ist die Kokosnuss, wo ist die Kokosnuss, wenn die Kokosnuss geklaut? Der Affenmilchmann, dieser Knilch, der wartet auf die Kokosmilch, die ganze Affenbande brüllt. Wo ist die Kokosnuss, wo ist die Kokosnuss, wer hat die Kokosnuss geklaut? Wo ist die Kokosnuss, wo ist die Kokosnuss, wer hat die Kokosnuss geklaut? Das Affenbaby voll genutzt, hält in der Hand die Kokosnuss, die ganze Affenbande brüllt. Da ist die Kokosnuss, da ist die Kokosnuss, das hat die Kokosnuss geklaut. Da ist die Kokosnuss, da ist die Kokosnuss, das hat die Kokosnuss geklaut. Die Affenoma schreit, die Kokosnuss ist wie der Land, die ganze Affenbande brüllt. Da ist die Kokosnuss, da ist die Kokosnuss, das hat die Kokosnuss geklaut. Da ist die Kokosnuss, da ist die Kokosnuss, das hat die Kokosnuss geklaut. Und die Moral von der Geschichte Doch keine Kokosnüsse, nicht, weil sonst die ganze Bande brüllt Wo ist die Kokosnuss, wo ist die Kokosnuss, wer die Kokosnuss geklaut Wo ist die Kokosnuss, wo ist die Kokosnuss, wer die Kokosnuss geklaut